Musik Ja und herzlich willkommen zur nächsten Demo vom Steam Next Fest Ich habe noch ein paar Demos im Petto Und heute schauen wir mal Tom, The Post Girl an Das Ganze ist vom Schweizer Entwickler Von daher muss ich mir das hier eigentlich anschauen und unterstützen Und ich würde sagen, wir gehen direkt hinein ins neue Spiel Musik Okay, sah schon mal interessant aus Chapter 1, Education Walk here Sehr interessanter Grafikstil Reverse delivery press Und ich nehme ein peek inside Hole space Okay, wir müssen also wirklich Pakete abliefern Pick as much as you desire until you want to make a decision Pick as much as you desire until you want to make a decision Okay, wir müssen das hier 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 Mhm Interessant Happy Turt Okay, sonst noch was da hinten Okay, sonst gibt es glaube ich nichts hier zum anschauen Okay, dann mal schauen was Und wie wir uns entscheiden What will you choose Press tap to switch Peeking implies Implies opening the package you're meant to deliver safely Delivering implies bringing the package to its destination as you shoot Gut Gut, hier habe ich jetzt nichts Spitz Achso Nichts Ultraspezielles gesehen Wir liefen das Paket mal ab Gut, hier habe ich schon wasいう Passe Gut, hier habe ich noch eine Bank Ich replantee improaaa Wo bin ich? Wie passt denn etwas besser? Aber so ist ja Okay. Kids. Sieht mir nicht unbedingt nach Essen aus. Leave when you're ready to continue. Chapter 2. Arsene. Brandstiftung. Do not knock or ring. Chicks are very sensitive. Da brauchen wir ein Fernglas. Das ist ein Chicken. Okay. Das Huhn mit der Brille. Sieht bisher auch ganz normal aus eigentlich. Ja. Das ist eine Kuh. Ich sehe das. Was macht der schwarze Bagger hier drin? Okay. Sonst können wir hier nichts anschauen. Das sieht jetzt hier ehrlich gesagt noch harmloser aus als das Haus da drüben. Wir geben es mal ab und klopfen trotzdem, obwohl wir das ja nicht so machen. Das ist eine Kuss. Das liegt jetzt von den Herzen. Butthole Soothing Device, press the red button, power, electric engine, need more fire, was? Uno Karten, Uno Reverse Karten, ich versteh's nicht ganz, in case of fire. Also, brennt jetzt die Scheune oder was? Oh. Ups. Das war nicht so bad. Okay, jetzt müssen wir also noch Hühner einsammeln. Naja, wir gehen dann mal lieber. Okay, da sieht man einen Huhn. Sohn uns nach Hause können wir gar nicht. Dachte ich's mir doch, hier ist auch ein Huhn. Oh. Oh. So, wir können uns eigentlich immer entscheiden, ob wir ins Paket reinschauen möchten oder nicht. Und ja, Brandstiftung haben wir leider gemacht, wie's aussieht. Chapter 3, Split. Keep away, beware of dark. Das ist ein Huhn auf. Auf der ... Auf der ... Auf der ... Auf. Was? Auf? fifteen ... Bei ... Da weiß ich ja nicht. Mülleime, nix spannends, das wäre ein glas, ist denn da so eine Badewanne, so ein Spiegel? Entweder zwei Menschen, die aneinander gewachsen sind, oder zwei riesen Beine. The Exposer, beware of the Stalker. Gut, vielleicht sind wir der Stalker. Die Bilder, ich meine schliesslich schauen wir ja überall hinein. So, man könnte uns auch als Stalker bezeichnen. Okay, okay. Was? Wir liefen es auch mal aus. Spiegel, nix. Achso. Hä? So können wir jetzt da nicht reinschauen. Was? Okay, zwei Menschen, die aneinander gewachsen sind. Wen oder was haben die gerade umgebracht? Warte, bleibt der Hund noch? Oh no, der Hund ist weg. Haben sie jetzt den Hund umgebracht? Kann gut möglich sein. Okay. Chapter 4, the party. Da ist noch ein Huhn. Was? Können wir die Hände anschauen? Nope. Was? Muss man glaube ich nicht verstehen. Ist das ein Radio? Ich hab's gesehen. Ich dealt da mit irgendwelchen Sachen. Süß. Sieht eigentlich auch ganz harmlos aus. Was? Was ist jetzt? DJ Rolf. Help. Ich kann noch einen Huhn. Oh, shit. Ups. Das war nicht so schlau. Ich hab einfach einen Pilz gegessen. Wait, 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 wait. Hey, 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 hey. Seh ich hier. Alter, diese Farben. Gut, liefern wir das auch mal ab. Was bin ich sehend? Okay, warte, wir gehen da noch mal runter. Alter, die Scheiße rufen. Boah. Sonst gibt's hier unten nichts. Hast du diese Drogen? Irgendwie nicht. Was? Seichhörnchen? Oh. Ups. Naja. Tauben sind eben noch gleich. Welchen konnten wir hier anschauen? Okay, auch noch ausgleich. Junge. Warte noch kurz, bevor wir zu Chapter 5 gehen. Wir konnten ja von hier. Oder nicht? Nee, von hier. Mit dem Feldstecher. Darüber zum Haus schauen. Was? Habe ich das gerade übersehen? Da ist nirgends ein Schneemann. Oder so ähnlich. Die ersten nehmen noch hier Zeugs. Ich glaube, ich bin schon auf Drogen wieder. Gut. Lass mal zu Chapter 5 gehen. Oder warte. Können wir zum Boot? Das Eichhörnchen und die Tauben. Okay. Da brauchst du den Schlüssel. Ähm. Was? Was? Okay. Dann sind wir doch nicht der Stalker. WTF? Woll ich das wissen? Oh mein Gott. Nein, danke. Hi. 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 Alles gut. Tom. Und Champagner. Okay. 11 von 11. Jetzt hätten wir das mal. Ich glaube, hier möchte ich... ...ins Paket schauen. Oder nee, lieber nicht. Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was da drin ist. Ich weiß, ja. Und dann, was ich... ...dannert... Ich weiß, was da drin ist, was da drin ist. Und lasst, was da drin ist, was da drin ist. Also, was da drin ist, was da drin ist. Employee Status Report, Trial Period Tom. Your tasks? You were supposed to deliver packages. What you instead did. Burned down the barn. Got spoiled creeping at the nurse. So the door binoculars made a dog murder possible. Verdict? Mutation to Creeptown. Okay. Das ging jetzt ziemlich schnell. Thank you for playing the demo. You can visit the website here. Könnt ihr gerne scannen? Ich hab's auf jeden Fall schon mal auf den Wishlist.